Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sveti, Jinx die Lobby. Nein, das ist mal nicht. Ja, mit dabei ist natürlich wieder Sveti, der Jinxer und Mifu, der Donut-Esser. Und wir sind immer noch in den Placements. Ich glaube, wir brauchen noch zwei Matches oder so, I guess. Wo ist der Unterschied zwischen Donuts und Bagels? Donut hat ein Loch in der Mitte. Ich wollte gerade sagen, er hat ein Bagel, nicht auch ein Loch in der Mitte? Ja. Was ist dann die Zusammensetzung? Wahrscheinlich. Ich hätte eher gesagt, dass ein Donut süß ist und ein Bagel nicht unbedingt süß sein muss. Hm, das könnte auch sein, ja. Er ist der Koch und er fragt uns. Ich hab's einfach mal in den Raum reingeschmissen. Ich kannte die Antwort, ich wollte eure Meinung dazu hören. Da ist es so funktionierende Konversation, du Arschloch. Aber ohne Beleidigung. Geh nicht. Okay, Entschuldigung. Na, wenn er mich bumpen will, die Drecksau. Er weiß doch, dann verpisst er sich, Alter. Ja. Willst du mich? Den hieß du bei mich? Hast du mich immer bei mir genommen? Ja. Okay. High five. Das ist, wenn die Ferse an ihm vorbeigibt, ihm voll die Nacken klatsche, ey. Ich hab's genau gesehen, du kleiner Bastard. Ja, Mifu Conor ist hinten links für dich da. Ja, ich hab's gesehen. Er hat's gemisst. Nein, es ist eine Lüge. Ich bin sozial. Ich hab den extra für Mifu gelassen. Ich hab den extra für Mifu gelassen. Ja, mit dem A davor. Ach, Mann. Kann der andere den nicht spielen, so wie geplant? Schöne gemacht, Mifu. Einfach reingedrückt, Digga. Einfach die stärkeren Pizze. Reingedrückt, wie die Hure die ist, Alter. I'm a Barbie gun! In the Barbie world! Oh Gott, mir braucht kein Boost mehr. Ich bleib auf dem Netten. Wollt ich runterfalle, oder was? Ne, weil ich sehe, dass sein Kreis leer ist. Das ist ne Verschwörungstheorie, ja? Bitte lassen Sie das. Fake. Ne, immer noch nicht. Oh, ich hab gehofft, wir pinchen, Mifu. Ja, Mifu, das ist so ein Spruch, da kannst du nichts gegen sagen, ja? Ja. Ja, eh nicht, weil er gut war. Digga, der Beste, glaub ich, war immer noch damals bei Fall Guys, wo wir acht Jahre in der Lobby gewartet haben und nicht einfach so random aus dem Nichts. Digga, dieses Game ist auch ein bisschen wie Mifu Sexleben, ne? Acht Jahre warten und das ist ganz schnell vorbei. Erstmal, du hast keine Reaktion, weil Mifu komplett entsetzt gewesen ist und Sven lacht dich den Hatsch haben, Alter. Locker noch zwei, drei Minuten. Und ich so, ja, Bro, ist irgendwie gut, ne? Ach ja. Das erinnert mich, als dann die andere Lache in Rocket legt, dein 1 gegen 1 gegen Fischi, wo ich irgendeinen Spruch gedrückt hab und du dann so, ha, ha, oh und so an. Samkiller 93 hat aufgegeben. Du hast ihn einfach nicht berührt, Digga, aber da kann ich ja nicht dafür. Ich hab berührt. Ja, weil du ein scheiß Knickligs bist. Das hat er sammelt zu tun. Hier, da hab ich ihn berührt, du Arschloch. Ja, aber nicht richtig. Der wär niemals reingegangen. Du Arschloch. Du Arschloch. Du Arschloch. Ja, das ist mir jetzt noch. Wollen wir in Brasilien? Ich glaub, die geben vorher auf, oder? Weiß ich nicht. Eine Chance haben wir noch. Guck dir das an wie vor, Alter. So eine kleine Wichsnase, ne? Hier abstauben. Ah, nein, nein. Nicht scoren, nicht scoren. Wir müssen bei uns scoren. Ja. Oh, ich halte den. Ich halte den. Ich schaff das. Ich schaff das. Warte, warte. Scheiße, ich hab mich verkacken. Oh mein Gott, ich werd gefickt, Alter. Oh mein Gott. Tut mir leid, Boys. Alles gut. Passiert den Besten, Mann. War halt ein guter Juke von ihm, ne? Ja, definitiv, Mann. Okay, sonst können wir die Zeit runterlaufen lassen. No. Lass Mifu nicht den Ball touchen. Nö, Mifu geht auf dem, oder freundet sich mit den Gegnern da hinten an. Keine Ahnung. Alter, wir hören den Ball mal da auf die Seite. So. Warum bist du so, Alter? Warum bist du so? Hau euch mit. Hä? Wie wird das Match verlassen? Was? Wo das Ding hin? Ich bin doch gefahren. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Du kannst wieder reconnecten. Hast du die ganze Zeit R2 nur gedrückt? Ja. Ja, dann, Bro, erkennt das Spiel, dass du nicht am Controller bist. Wie? Wie? Ich fahre. Du musst lenken. Ist egal, du musst lenken. Lenken, boosten, irgendwas. Ich wird nicht gefickt. Gar schlechter. Ich fahre, warte. Ich will auch. Schade. Ich bin mal gespannt, wie viel demos gleich aufs Fettis Konto stehen, na? Ich krieg's auf jeden Fall nicht, Bitch. Digga, Mifu geht was da. Kleiner, dreckiger Wichser. Wir wollten das Brasilien. Ja, warum machst du denn rein, Digga? Ja, guck doch! Wifu! 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 Er wollte sich hochpicken. Er wollte sich hochpicken. Warte, dann machen wir Bayern-Barcelona draus. 8-2. Okay, wir machen es doch nicht. Ich habe gemisst. Ich habe gemisst. Tschüss, Leute, Leute, Leute! Waren die eigentlich fullstack? Ne. Das war glaube ich vorher auch nur zwei. Nächste Frage. Ich frage doch nur. Konversation, Mifu! Das funktioniert heutzutage so. Das war Schmaltag. Schmaltag? Bad time boomers heißen wir. Vene Vidi Vici. Oh mein Gott, dein Ping-Flaze ist der Gott. Ich merke es auch direkt. Richtig chillig. Nein, geh weg, Arschloch. Ja, direkt geht raus für Blaze rein, Digga. Digga. Clickbait. Oh mein Gott. Stopp. Cool. Glaubt einer wär da. Ich war da? Ja, aber viel zu langsam. Kick dich. Backpass? Nein. Alles gut. Ist alles gut. Ist alles gut, Digga. Ja und? Ist doch egal. Oder haben wir bei dir schon ein Tor gemacht, wegen der Ping bis in der Zukunft? Ja. Was geht aus der Zeit? Spielt der nicht Lotto? Nein. Nicht mehr. Machst du mal was? Ja. Er brauchte Geld für seinen Ingenieurstitel. Nein. Kannst sagen Digga, wann willst du denn mal sterben? Das braucht bei dir ein bisschen länger. Mipo? Jo. Nice. Nicht nice. Alles gut, Digga. Du hast mich noch gelobt. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Nimm ich mit. Boah. Boah. Geiler Scheiße. Kaffee. Mipo Faduma, bitte. Keine Lust auf ein Ratespiel hier. Kennemennemoo. Fuck. Warte, alter. Fieses Game. Tja, passt hier jetzt nicht mehr, weil ihr meinet halt lustig, oder? Doch! Ich hab bei mir den Ball getatscht. Und bei mir ist er am Ball vorbeigesprungen. Ich liebe es. Das ist so lächerlich mit diesem Spiel manchmal. Wir sind Dionic. Wir haben kein Geld für gute Fahrer. Entschuldigung. Komm, aus deinem Online-Spiel sparst du die. Nein, ich guck mir die Widererung jetzt an. Ey Mifu, komm jetzt. Komm schon mal, ich kann nicht killen. Bitte. Bitte Mifu. Was? Komm aus jetzt. Schau mir immer noch, dass ich draufklasse, dass Black Ops 300 GB hat. Bruder, woher? Woher nehmen die sich das Recht 300 GB? Ja, verabschiede dich schon mal von der Hälfte an der Festplatte, ne? Ja, Digga, hä? Du faulestück Scheiße bist ja nicht in der Lage, deine zweite Festplatte einzubauen. Oder eine dritte oder eine pünfte. PC ruhig dir wieder an, Digga. Ich schwoppe neu. Hä, wir hatten noch damals so viel Spaß. Was, Mifu? Digga, das war der Hölltrip auf Erden wirklich dieser Monat, ne? Ich war so verschwitzt, wie wir den zusammengebaut haben, dass da irgendwas kaputt geht vor dieser teure Scheiße, Alter. Ich konnte nicht mehr. Ich war mit den Nerven am Ende, Alter. Was? Ich weiß doch, bevor wir überhaupt angefangen haben. So, Mifu, du musst einmal an die Heizung packen. Warum? Du musst dich statisch entladen. Farsch du mich jetzt? Ich hatte schon instant keinen Bock mehr, Alter. Da ging's schon los, Digga. Ich hab mich schon super ars gefühlt. Das war so schlimm. Und es wird sich so irgendwann sagen, Joa, Leute, was geht ab? Und dann halt einfach die Fresse galt. Ja, Mann, der hat eingepinnt, die blöde Sau. Ja, ich bin fett eingeschlaupt, ja. Ich hab übrigens wieder einen Halping, ne? Ich sag's nur. Ich auch. Nee, du nicht. Du hast 80er. Ich hab 170er. Aber ich hab auf jeden Fall Ding ins Package los. Aber ich kann auf jeden Fall besser hier spielen, gerade als in der letzten Lobby. Ich würd mir schön noch einen 9x hier wollen, vor GTA 6. Schön, Mifu. Digga. Warum ist Fett ja nicht der einzige mit vernünftigen Internetleitungen, ne? Wie? Ja, Digga, der hat nie einen Hyping, ey. Worum ich auch mal nachgedacht hab, ist, ob ich irgendwie zwei Jahre mal nach Österreich ziehe, oder so. Guck mal. Ich fick dich, wenn ich dich sehe, oder? Was soll denn das jetzt, Alter? Das hat sich gerade erledigt. So viel zum Thema Auswandern. Nein, aber wohin würdest du nach Österreich gehen mögen? Warte, warte, warte. Ich stell mir gerade so vor, Alter, ihr kennt ja doch die Sendung Goodbye Deutschland, die Auswanderer, ne? Mhm. Ich stell mir so vor, so Mifu wird einfach so interviewt, der so. Ja, Digga, und dann zieh ich jetzt nach Österreich, ne? Werbepause, kommt wieder, so, das hat sich erledigt mit Österreich. Und dann zuschauen und so, what the fuck? So, ja, was? Oh, schöner Touch. Wo würdest du nach Österreich hin wollen? Salzburg, oder was? Kärnten, oder so. Kärnten, dort ist der Jan. Welcher? Ach, Job. Ja? Mhm. Wer ist Jan? Der ist zwei Stunden von der Hauptzeit entfernt, Villa. Mhm. Bang, 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 bang. Digga, ich werde gerade gepressured, was für ein Bang, Alter. Ja, und? Akzeptanz ist ein Zeichen von Schwäche, Mann. Ich akzeptiere nicht, ich habe dagegen gekämpft. Hat sich aber nicht so angefühlt. Ich höre nur Mimimi. Ich werde gebampfen. Ne, das war mein Sweaty Cosplay. Ne, warte mal, ich habe aber noch ein besseres Sweaty Cosplay. Ich habe es nicht! Ja, das tut sehr. Auch mein Mifu Cosplay? Bang, 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 bang. Krasser Bang, alter. Oh? Ja, ich habe schon mal kurz verliegt. Bam! Schön gemacht, boys. Ja, ich bin geopfert worden für dieses Tor. BAM! Ich fand das so geil. Ich fand das so geil. Und die so, yo bang. Ich sehe Mifu's Touch. Ich so, das ist das Gegenteil von bang. Vielleicht jetzt mal ein Mifu Cosplay? Warte, 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 warte. Pizza! 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 Was ist das, Alter? Digga, das war so ein Pulschen, Alter. Ne, also mein Mifu Cosplay wäre... Hört ihr mich jetzt? Was hast du denn gesagt? Hört ihr mich jetzt? Ich habe mich schon wieder gemutet, Mann ey! Ich dachte, komm, wir sind nur in Rage, Digga, weil ich habe in letzter Zeit so viel gerage, wenn ich mit zweiten Discount war, ne? Oder warte, ich habe noch ein Cosplay von Mifu. Das ist wunderbar. Ja, ja. Man müsste eine Quizshow machen, so Zitate. Von wem ist dieses Zitat? Ja! Und Space muss raten. Ja, ja, ja. Arzt und selbst B von 20er-Styphonnie. Der Leiner hat irgendeine scheiß Konfetti nach drühen. Nein, da. Momo, das schlag ich jetzt nicht vor. Oh. Hm. Hm. Patat er, Rick. Hm? Nein, patat er, Rick. Der Stotter dort beim Schreiben. Hahaha. Menschen, Alter. Schreib Lekastheniker, Alter. Ich hab mal so ein Instagram gesehen, so bei der Geburt, so. Und wieder das Kitter ist ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp Ich habe Cross gesagt, aber ich kann verstehen, es ist auch ein bisschen wie krass. Wo seht ihr, dass man besoffen ein Pferd reiten darf? Wirklich? Nicht in Kanada. Jetzt kommt er wieder mit random Facts in die Ecke, Alter. Boah, sie ist wieder mal zu den Westen. Okay, dann nicht. Oh, ich dachte, du siehst das Play. Nicht du! Ich hab dich nicht mal gesehen. Ja, Entschuldigung. Got you back. Shot. Was für eine dumme Sau, Alter. Got you back und er gritscht einfach rein, ey. Du bist so ein Fickkopf, ne? Möchtest du dich selber? Nee, dich! Arschloch. Arschloch. Du Mistvogel. Du Mistvieh. Ja klar, pack doch in die Mitte! Ja, ich wollte mal gucken, Digga, wie sie sein Fläch zu sein. Fick dich! Ja, mein Sau, du, Alter. Habt ihr nicht mit der Scheiße hier? Ich mach nicht mal mit. Mach nicht mal mit, ihr! Ach, komm schon, Mifu. Nein, komm, fuck ihr! Digga, das hätte mich so hart an Tekken damals, als Mifu noch nicht so mit Lydia drin war. Wo er auch noch seinen Wii-Controller, glaub ich, hatte oder so. Ja, ja, der Wii-Controller. Ja. Und der wird dann von Zwetti Hardcore gepfickt und du hast nur... Und Zwetti und ich sitzen hier, der Junge verbreitet gerade seinen Controller. Er hat doch, Tekken 7 war schon sehr sauer auf euch. Er ist schon richtig sauer. Ja, so sauer, dass er sich einen scheiß Coach buchen wollte, Alter. Ja, Mann. Alter, ich war schon richtig pissed auf dich. Vor allem du mit deiner scheiß Erweiterungspack halt immer noch in Tekken 8, aber... Ist immer noch unnormal. Ist immer noch unnormal. Man kommt hier jetzt ein, ich leh die aus. Es gibt kein Release-Date von hier. Ich hab gestern noch mal geguckt gehabt, aber es stand halt immer noch nix. Es ist halt immer noch nur Sommer. Warte. Ja, chill doch, Alter. Ja, wir haben Sommer. Ja, ja, ich weiß. Aber anscheinend noch nicht sommerig genug, Alter. Du bist das kurz im nächsten Mal, Digga. Ich werd einfach alt. 21. Ja. Es ist ekelhaft. 21. Das ist schon sehr reudig, muss ich sagen. Jo, Mipo. Das ist nett, war open, ne? Danke, Zwetti. Ja, ich denk schon, Pissgesicht. Er wird halt schon älter, please. Ja, stimmt. Er sieht nicht mehr so gut. Sieh ich halt auch nicht. Ich hab ne Brille, du Haarschloch. Siehste? Beweisführung abgeschlossen. Ich kann schon die ersten grauen Haare zählen. Die kann man eh nicht von deinen blonden unterscheiden, von daher. Danke. Kein Ding. Auch wenn ich eher sagen, ich hab dunkelblond. Ja und? Hab ich mir auch schon mal gefragt, ob ich mir die Haare färben will. Aber keine Ahnung. Ist auch weird. Ich hatte ja kurz die Haare. Ich stell mir grad im Mikro mit schwarzen Haaren vor. Du hattest doch so blond gemacht. Blonde Strähnen, oder? Silber. Silber, Mann. Das ist okay. Rainer? Aber du wüsst doch nicht, wie ich mir meine Haare komplett blond fühl ich nicht komplett drauf. Nee Digga, mach mal komplett. Digga, ohne Witz, wenn du schwarz machst, sieht es so aus wie die Kampflesbe. Also mach mal schwarz. So, so. Machst du jetzt hier? Machst du was? Vielleicht. Ich hab auch schon mal überlegt, ob ich mir einfach nen Buzz Cut mach. Typisch und richtig hart scheiße aus. Stell mir grad im Mikro mit Afro vor. Hehehehe. Na Jungs, was geht denn? Hehehe. Na Jungs, was geht denn? Hehehe. 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 Okay, hab gemischt. Hehehe. Servus. Marie. Ich könnte mal gucken, ob sie noch gehen. Voilà. Cool. Er missed. Ah, schade. Oh. Oh. Boah. 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 Irgendwann ist schon wieder gewonnen worden. Die Schuhe. Wurde gestoppt. Boah. Boah. Garte Vogel. Jetzt haben wir den Salat. Ah. Ah. Alter, das war close. Bin ich schon wieder im Tor? Ah. Jungs. Rotation. Rotation. Ich kann's auf, ey. Boah. Ich fahr da so lange und halt einfach mal Sweaty vor mich so. Ah. 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 Wie geht der rein? Ja, guck's dir ganz genau an. Zack. Boom. Bang. Boom. Zack. In die Gausch. Das ist der Rocket League 3 Satz. Hahaha. Das ist die Zerky-Tackley. Das ist Rocket League. Das ist Rocket League. Oh. 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 Ich hab' nicht gebeliefd, Junge. Woh, ich hab keinen Boost! Ja, und? Du musst das Gas einfach fester reindrücken. Achso, stimmt, genau, da war ja was. Ich denke für die Gas, dass du schneller fährst. Beim Autofahren stimmt es halt leider wirklich. Gibt neuen Gas, cool Gas. Cool Gas! Nicht paniken, nicht paniken, nicht paniken! Ah, hat gepanigt. Ich hätte ihn fast gefiegt. Achso. Hihi, hihi, hihi. Falls du nicht meinst. Warum? 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 Weil ich nicht gewusst, dass du da bist. Weil du dich ja nicht meldest. Ich hab mich gemeldet. Du gibst doch keine Callouts, Junge. Was ist los mit dem Junge? Ich hab dich ja gefordert zu sagen haben. Ne? Der schönste Callout für dich war immer noch. Ich bin nett. Warum sagst du, dass du nett bist? Stimmt, dass man woher angefangen hat. Ja. Ja. Ja, das ist echt. Ich hab immer noch jedes Mal, wenn das so. Gut, dann ist der Call demnächst. Ich bin nett mit einem Tee. Ich bin nett. Oh? Geht's hin. Jetzt ist der Nächste, der hier am Jinxen ist. Der Hurensohn. Ich wollte dir helfen, Malo. Wo? Wie willst du dir helfen? Ich dachte, das ist wieder so ein cooles Team-Ding. Sterbehilfe. Sterbehilfe. Guck, jetzt helf ich dir auch, mein Arschloch. Und du bist, und du bist. Hier nochmal helf ich dir, Arschloch. Du bommst ihn, Alter. Mifu! Mifu! Ich nehm sowas. Digger. Wie es weitergeht bei Mifu Jinx, die Lobby ist jetzt in der nächsten Folge. E-Node rein. Peace. Jetzt nicht hier raus. Warte kurz ne Nervenpause hier. Warte kurz ne Nervenpause hier. Warte kurz ne Nervenpause hier. Goddard. Vielen Dank.